Ja, Michael Grünand spricht hier. Hallo GST. Wir sind gerade angekommen am Ziel und zwar ist das der Martin, der Thomas und der Andreas und meine Wenigkeit. Wir haben einen harten Tag hinter uns und werden jetzt weiter zur Kleintieschenke fahren und wir hoffen, dass da als kleine Siegprämie zumindest ein Stück Loch plattig liegen wird. Und Siegerzeit für uns vier hier ist die 17.23 Uhr. Ciao.